Die MP5 trifft im neuen Call of Duty Black Ops Cold War auf jede Menge Hassliebe. Spieler verehren die Maschinenpistole in den eigenen Händen, verachten sie aber umso intensiver im Besitz des Gegners. Ein Großteil der Community ist sich einig, die MP5 ist zu stark. Sie hat fast keinen Rückstoß, ist auf kurze Distanz ein absolutes Biest und eliminiert den Feind sogar im Fernkampfblitz schnell. Durch diese Kombination kann sie auch mit Sturmgewehren als Hauptwaffe mithalten. Noch stärker wird die Maschinenpistole aber mit den richtigen aufsetzen. Wir stellen den perfekten Loadout für die MP5 als Allrounder zusammen. Der SOCOM Eliminator ist unter den Mündungen zu finden. Er dämpft nicht nur das Mündungsfeuer, sondern lässt den vertikalen Rückstoß zusätzlich fast auf Null schmelzen. Für ordentlich Wumms auch auf weite Distanzen sorgt der schwer verstärkte 9,5er Lauf. Zusätzlich wird die Projektilbeschleunigung um ganze 80% erhöht. Über den niedrigen Recoil der MP5 haben wir ja bereits gesprochen. Durch den S4 Tempogriff wird der horizontale Rückstoß nochmals deutlich reduziert. Der mit Abstand stärkste Handgriff ist die Luftelastikumwicklung, die die Zeit zum Umschalten aus Visier um ein Drittel verringert und spürbar für mehr Stabilität sorgt. Abschließend statten wir die MP5 mit einer 40 Schusstrommel aus. Der Grund ist simpel, mehr Munition bedeutet mehr Kills. Außerdem kehren in Cold War die Wildcards zurück und bieten in Form des Extras Revolverheld ein besonderes Waffenupgrade. Es können drei zusätzliche Aufsätze für die Primärwaffe genutzt werden. Dadurch kann unsere MP5 mit allen Aufsätzen ausgestattet werden. Wer sich für diese Variante entscheidet, sollte beim Schaft zwischen Plünder und Ausfahrschaft wählen. Für den Körper empfehlen wir den gelben Zielpunkt. Er sorgt für mehr Präzision beim Schießen aus der Hüfte und erhöht die Erkennungsdistanz um 30%. Das Visier ist wie immer Geschmackssache. Für die meisten Spieler dürfte ein Millstop Reflex oder das Cobra Red Dot aber völlig ausreichend sein. Mit diesem Setup gibt es nicht mehr viel zu beachten. Waffe ausrüsten, Gegner eliminieren und Spiele gewinnen. Die MP5 ist der neue beste Freund im Kalten Krieg.